Die Top 4 Badregalprodukte, eine Präsentation Ich bin sehr zufrieden mit dem MKIT NVY Duschablage ohne Bohren. Das Dreier-Set Selbstklebend Duschregal Schwarz mit 6 Haken und Seifenschale ist ein praktisches Accessoire für mein Badezimmer. Das Duschregal aus Edelstahl bietet viel Platz für meine Kosmetik und Pflegeprodukte. Die 6 Haken sind sehr praktisch, um Handtücher oder Waschlappen aufzuhängen. Die Seifenschale ist ebenfalls sehr nützlich. Ich bin froh, dass ich mir dieses Duschregal zugelegt habe. Es war einfach zu befestigen und sieht auch noch toll aus. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ich bin von der OOL Star Duschablage wirklich beeindruckt. Sie ist einfach zu installieren und hält bombenfest, ohne dass man bohren muss. Das Edelstahlmaterial ist robust und langlebig, und die drei Fächer bieten ausreichend Platz für Shampoo, Duschgel und andere Badaccessoires. Der Seifenhalter ist auch ein praktisches Feature. Ich habe sogar eine in meiner Küche installiert, um Spülmittel und Schwämme aufzubewahren. Insgesamt ein großartiges Produkt, das ich jedem empfehlen würde, der eine einfache und stilvolle Lösung für die Organisation seiner Badezimmer oder Küchenutensilien benötigt. Ich bin sehr zufrieden mit den UR Mektor Duschablagen ohne Bohren. Die drei Stück Badezimmerregale sind aus rostfreiem Edelstahl und passen perfekt in meine Dusche. Sie bieten ausreichend Platz für Shampoo und Duschgel und halten diese dank des Designs sicher an ihrem Platz. Das schwarze Finish wirkt modern und elegant und passt gut zu meinem Badezimmerinterieur. Es war sehr einfach und schnell, die Regale ohne Bohren zu installieren und sie halten sehr gut. Insgesamt ein ausgezeichnetes Produkt, das ich sehr empfehlen kann. Ich bin sehr beeindruckt von der Warm Modern Duschablage ohne Bohrungen. Nicht nur ist es einfach zu installieren, sondern auch sehr robust und langlebig. Ich liebe die Tatsache, dass es eine Seifenschale und vier Haken hat, um meine Duschutensilien und Handtücher aufzubewahren. Das Spurlos-Klebensystem eignet sich perfekt für meine Mietwohnung, da ich keine Löcher bohren kann. Das Aluminium-Material ist auch rostfrei, was das Produkt noch haltbarer macht. Ich habe sogar eines dieser Regale in meiner Küche installiert und es funktioniert großartig als zusätzliche Aufbewahrung. Ich würde es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer hochwertigen und praktischen Duschablage ist. Wir sehen uns im nächsten Video.